Hallo, Entschuldigung. Ja, Sie. Ja, mit der Frage. Wir haben ein Verfahren, wir wissen nicht recht, sind wir hier in den Trainershütten gekommen? Trainershütten? Ja. Dann geht ihr am gescheitsten hier ins Gribbeli rüber, und dann geht ihr Hennepier in die Strache rüber, und dann links rüber in die Kleibe, und dann könnt ihr dann noch eine Brie ins Grün gehen, oder rüber auf die Platte. Wenn ihr in die Platte seid, dann müssen wir noch eine Tillebrie in die Almey. In die Almey, und dann noch auf die Zerbirko, zu Bobbo, und dann noch eine Mecha ins Neue. Ja, ja. Dann wird er gut. Das wäre super. Das probieren wir einmal. Danke. Ade. Schön. Ich glaube, wir gehen mit dem Bandli. Ja, sicher nicht. Aber du, ich habe gar kein Bilet. Die kennen uns schon, das ist kein Problem. Kommst du mit mir mit? Das Grubbeli rüber und ins Kugach rein. Hüben rüber und einfach rüber. Das Kugach rein. Ja. Wie sieht denn der aus, du. Wie ein Hippiespänkstchen. Das ist so. Ja, aber... Hey, der hat wahrscheinlich den Walliser gefragt, wo es hier auf die Bahamas geht. Das habe ich nie gesehen. Ja, der hat sich einfach rüber und rüber. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hey, René. Spillet, René. Ich habe keinen Spillet. Ja, du musst... René, René, der Ausweis. Ich habe keinen Ausweis. Ja. Ja, ja. Hat dich mal den Ausweis gesehen? Ja, ja, ja. Es geht gut, dass Sie kommen. Wissen Sie, meine Kollegen haben eben den Ausweis mitgenommen. Aber Sie kennen mich, oder? Nein. Nein. Ja, ich bin auch Top auf Schweizerland, oder? Die Sendung, da bin ich der Moderator. Und jetzt hat er den Ausweis eben. Wer hat den Ausweis? Nein, ich habe keinen, aber... Der Kollege hat einen, oder? Ohne Ausweis geht gar nichts. Ja, aber ich hätte keinen... Im Prinzip habe ich schon nur... Entschuldigung, für Sie bitte schnell auf die Zeit. Wir haben da... Herr Räber kommt. Herr Räber, kommen Sie noch rein? Wissen Sie, vielen Dank. Ist ein bisschen stürmig da. Ja, ja. Grüesseri. Herr Räber, Sie sind heute im Top auf Schweizerland. Ja. Ich bin ein Fan von Ihnen. Schön, dass Sie. Ein Autogramm noch machen. Das mache ich gerne. Nein, für Sie ist auch die Gondel reserviert. Ah, super. Danke. Schauen Sie bitte. Ja, aber der hat ja jetzt aber auch keinen Ausweis gehabt. Das ist doch Herr Räber. Wisst ihr, der ist im Top auf Schweizerland. Ja, eben Top auf Schweizer. Ich mache ja auch mit im Top auf Schweizerland. Ja, habt ihr eure Gitarren? Nein, ich habe doch genug so keine Gitarren. Ich brauche den Ausweis. Ja, bret doch mal auf mit dem... Was ist das denn? Immer dich ein Begrüßchen. Aber dann würde mich gerne auf, das geht. Ja, schon der Wertschätten. Bis zum nächsten Mal.